Hey, ich habe eine mega gute Idee. Wenn ihr mal Langeweile habt, aber ein bisschen Bock auf Malen, dann zeigt einfach so eine random Linie Lasterparale so raus und dann füllt ihr jedes Feld anders aus, sodass ein super cooles Muster entsteht. Das könnt ihr dann mit ganz vielen bunten Farben ausmalen und am Ende habt ihr ein super süßes Kunstwerk.